Wir sind schon 200 Meter unterwegs. Direkt in den 10 Meter Brotschappen. In den 2 Meter Volvok. Hier geht's ja raus. Wunderbar. Ich weg jetzt aus der Norden, wenn wir euch zur Mauer zurück rücken, wie ihr könnt. Also 200 Meter laufen, dann 10 Meter Brotschappen plus 2x Volvok. Go!